Ladies and Gentlemen, willkommen zur nächsten Folge Luigi's Mansion. Wir sind auf Etage 12, die sind wir unterwegs, und holen dort alle Juwelen, die es gibt. Ihr findet die Juwelen unten in der Beschreibung oder im Kommentar, welchen ihr auch braucht, welche Farbe. Ich hab's euch markiert. Von dem her, let's do this. Oh! Auf geht's, Brody! Etage Nummer 12. Oh yeah! Und da geht's in die Strandbar. Immer gut. Genießt noch ein bisschen die Musik. Willkommen in der Strandbar. So, also, hier kommen wir gleich mal an eine Stelle, wo wir erstmal nicht mehr weiterkommen. Und zwar müssen wir da hin. Hey, oh, es geht ab. Also, wir werden hier feststellen, wir können hier nichts machen. So, gucken wir mal hier rein. Wir sehen, hier ist die Tür, aber irgendwie kann er nicht rein. Ah, wir kriegen einen Anruf. Hallo? Hallo? Luigi, solange dir dieses Schiff in den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Wetterkommen. Was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau erzähle ich dir dann? Also, auf zum Labor. Beide dich. Mach mal. Mach mal natürlich. Gehen wir erstmal ins Labor. Das heißt, wir müssen erstmal im B1, meine Freunde, in unserem wunderschönen Hotel. Yeah. So, dann sind wir wieder im Aufzug. Juhu. So, Luigi ist ein bisschen auf Crack. Kleine Fahrt. Etage 12 bis in den Keller. Ding dong. Here we go. Ich liebe die Musik hier unten. Yeah. Ist das immer wieder triggernd? Ja, gehen wir mal ins Labor zu unserem Kollegen. Hallo, ich hab dich schon erwartet. So, Bruder. Alles kaputt. Es sieht so aus, als hätten wir einen Toads erneut auf der Vermisstenliste. Also, das ist das Schlimme, das ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen Schreckwegflug weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Dazu benötige ich aber ein Material, das sich vermutlich im Hotel wenden lässt. Somit schickte sich, äh, schickte ich den Tod auf die Suche. Allerdings, naja, sieh das hier mal an, Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich, äh, die ich dem Tod, äh, gesehen hatte. Aha. Wir wissen alle, wo das ist. Ich hasse Toads. Richtiger Otto. Also. B2 natürlich. Auf dem ist deutlich zu sehen, dass der Toad von einem Geist eingegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen, wie ich auch. Ich soll dir doch helfen, den Toad zu finden. Das Wichtigste ist aber, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Eine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheure Bedeutung deiner Aufgabe doch wohl bewusst, oder? Also los, Luigi. Ist das geil. Scheiß auf den Toad. Hauptsache, du bringst es mal real zurück. Oder bringst es mit. Was heißt zurück? Das war ja noch nie bei uns. So. Da, da, da. Da, da, da. I love it. So, wir gehen wieder zum Aufzug. Zum dritten Mal in dieser Folge. Ja, richtig. Und das ist auch nicht das letzte Mal. So. So, dann einmal nach P2. Das dürfte nicht zu lang dauern. Wasseranlage. Und wir fahren wieder Aufzug. Hallala. Also Leute, wir machen jetzt erstmal hier den Toad holen. Und dann gehen wir in die Strandbar und holen uns... Wir fahren die ganze Etage halt eben. Wir fahren die Strandbar und holen uns... Wir fahren hier auf dem Weg. Wir fahren da weg. Da, ich nehme meine... Ja, hier kommt das Boney. So, draufhauen. Kein Ernst? Komm jetzt her. Ja, du Auto. GG! Oh, yes! Können wir mal den Moch hier wegräumen? Mein Gott, der ist ein Schmatz. Sehr schön. Let's go home. Also laut der Kamera ist der Toad genau hier gewesen. Voila. Ja, chill mal hier. Man ist irgendwie da hochgeklettert wie so ein Otto. Voila. Ander hat auch ein Talent, du. Okay. Wahrscheinlich das falsche Rohr. Oh, hallo. Am I hierüber rumdrehen? Ja, wo sei denn hier? Toad kann es sein, aber nicht vorhin, oder? Oh, okay. Oh. 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 So, wir können nochmal... Ach ja, so war das. Wir können den Toad nehmen und drüberballern. Servus. Ah, du hast den Toad gefunden. Gut gemacht. Dann gilt es jetzt, das Versteckerbattern zu suchen. Es war ja im Film zu sehen. Was noch? Viel Glück. Let's go, Toad. Der Sound, den die machen, ist schon geil. Oh, sieh mal, Luigi, das ist das Material, das ich besorgen wollte. Da oben hätte ich es nicht vermutet. Ach ja. So, Leute. Einmal unseren Freund Luigi draufschicken. Obwohl, ich glaube gar nicht, dass das so viel Sinn macht. Eher, wir wollen ja weiterkommen. Also, Toad, Brody, komm mal mit. Luigi, Digga, echt. So, der ist da. So, der ist da. So. Egal, mit, Brody. Muss jetzt die Kohle? Muss ich bitte da hochgehen? I love it. Here we go. Hervorragend. Das ist genau das Material, das ich benötige. Gut gemacht. Dann mal auf zum Labor, Luigi, damit wir deinen Schreck Breakthrough verstärken können. Ich bin hier. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Ah, mal, Brody. Ich bin hier. Könnt ihr mich hier noch was machen? Hey, hey, oh! Scheiße. Geht mal da hoch, Alter. Was ist denn das jetzt? Hä, was war denn das jetzt? Alter, alter, alter. Ich brauche das hier nämlich tatsächlich, um in einen Bereich zu kommen im Toad. Komm mit, Bruni. Hey. Rächtige Abrissbirne. So. Ohne Ende, let's go, Toad. Die finden das schon mal witzig. So, ich bin fast. Oh! Oh! Okay. Oh! Wow! You on a fighting, is ready? We're done? We are done. So, wenn wir die Kohle einsammeln. Jetzt hau halt mal mit dem Muckschuh da ab. So, wir werden die Kohle einsammeln. Was war denn das jetzt für ein Auftritt? Alter, Junge. Du hast auch ein Talent. Und kein Guts. Warum auch immer ich das getan habe gerade. Ah, jetzt erinnere ich mich. Hier lang, Luigi. Der Weg sollte richtig sein. Hey, du warte mal kurz. So, klar. Hey! Scheiß Otto, Alter. Das war ja fast schon wie bei Ashley in Resident Evil 4 hier. Komm mal her, ich brauche dich trotzdem mal kurz, Alter. Genau dafür. Dein Riesenschädel. Give me that. So. Und hier gibt's dann den Edelstein, Freunde. Wie gesagt, kriegt ihr erst, wenn ihr mit dem Toad wieder hier seid. Am 4 müsst ihr Etage 11 beendet haben und auf dem Weg zur Etage 12 sein. Dann zieht man Luigi eine Tür. Moment. Das ist doch gar kein Dreher, mit dem man sich öffnen könnte. Ja, brauchen wir ja auch nicht. Sagt, ich schieße mal jetzt dann auf. Okay, das war jetzt nicht ganz so optimal, aber das kriegen wir hin. There you go. Ich wusste doch, dass du zu was nütze bist, Brody. Rauf damit. Here we go. Da-da-da-da-da. All right, ciao. All right, ciao. So, komm mal runter, Alter. Also hier könnt ihr die Farbe dagegen knallen. Und dann habt ihr hier nämlich den Geist und da ist es nämlich dann... Ganz ehrlich, Toad, wir beide kriegen gleich echt ein Riesenproblem. Du bist ja nur im nervigen Weg rumstehen. Da, älter. Da, älter. Und rein mit dir. Und das ist... The last one. I did it for the rock. Okay. Das macht aber zu viel Spaß. Okay. Okay. Ich hab grad kein Paar an, was ich machen soll. Ah, ich hab nen Plan. Mein Gott, Alter. Jetzt her, du Otto! Damit kann kein Mensch also anfangen. Ah, warte mal. Wie dumm war denn das jetzt? So, sind wir dann bald einmal durch. Dann einmal den Kollegen genommen, gegengeballert. Mal schauen, wenn wir hier rauskommen. Ah, endlich. Boah, ich hab's auch nicht glauben können gerade, Brudi. Oh, wenn's la boah. Oh, genau. Oh, da kommt mehr los. Oh, da kommt mehr los. Oh, ciao. So, nochmal drücken. Ich hoffe, jetzt kommt das Ding auch mal an. Yeah. Shit hat etwas gedauert. Erstmal Toad abgeben und unser Rimsauger upgraden lassen. Der Toad, Alter. Ist das geil. Ist auch Schluss mit dem Buch. Sorry. Ach, Leute. Richtiger Todquäler hier. Er ist da. Are we done yet? So, dann gehen wir mal rein zu unserem Freund hier. Otto. So, Aluichi, du bist zurück. Na los, gib mir das Material. So, Bruder. Merk mal den Moch. Worauf wartest du denn? Gib mir den Streckenweg FLU auch gleich. Na los doch. Darf ich einen Moment was für Geisterung bitten? Meine Modifikationen des Streckenweg FLU sind abgeschlossen. Er ist im Ding. Hilfe der Supersaugkraft kann die Effizienz des Geräts jetzt erheblich gesteigert werden. Leider steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn das Gerät an eine Spezialsteckdose angeschlossen ist. Ein Kitzel keiner nachteil. Du wirst dich auf einige der Spezialdecks Steckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier mal aus, wie gewaltig die Supersaugkraft ist. Apropos, da hattest du nicht erwähnt, dass dir ein Schiff den Zugang zur Strandbeer versperrt hat, Luigi? In Anbetracht von Supersaugkraft wäre es sicher nicht mehr ganz so unüblich überwinden würde. Unüberwindbar. Geh dorthin. Zurück und suche nach einer Spezialsteckdose. Let's go. Heller forschen, Freunde. Ach ja. Ach ja, ach ja. So, Leute. Zum gefühlt 50. Mal Aufzug fahren. Man kennt's. So, und dann gehen wir wieder auf in Etage 12. In die Strandbar. Ja, es gibt Schöneres, Leute. Ja, erstmal in die Bar. So, Standbar. Und jetzt, da wir diese Steckdose nutzen können. Oh, yeah. Also, Leute. Bester Staubsauger ever. Bester Staubsauger. So, sollte passen, oder? So, dann holen wir uns gleich mal einen Edelstein hier. Zeig ich euch. Den ersten, Leute. Auf der Strandbar. Erstmal Money. Und zwar müsst ihr da diese Globus-Ding da nehmen. Und einmal rüberschießen zum Luigi. Und dann habt ihr... Hier so drei Dinger. Ich glaub, der ganz recht ist es. Ja, da habt ihr es. Here comes the Money. Und der gelbe Edelstein auf Ehre, meine Freunde. Aber wir haben den zweiten gleich hier in der Nähe, kann ich euch sagen. So. Den zweiten. Ja, direkt hier. Ich glaub, ich muss noch mal an die Steckdose ran. Um den zu holen. Jawoll. Ja, das soll's jetzt gewesen sein. So, jetzt hat... Jetzt habt ihr hier das X. Und wenn ihr auf das X geht und den Jump macht... It's the blue one. Auf Ehre, Freunde. So, das ist Nummer zwei. So, Leute. Nächster Edelstein. Gleich hier oben links. Seht ihr? Hier ihn vielleicht schon im Maul, dieses Skeletts. Deswegen düster Lampe verwenden. Das Ding machen. Anziehen. Und here we go. That is number three of six. Der weiße Edelstein ist in der Tasche. Ja, did. Ja, ja. Ich kann euch sagen. Wir werden uns jetzt hier nicht allzu lang aufhalten. Standbar ist relativ schneller Level. Da geht's eher um den spektakulären Endgegner. So würde ich's jetzt bezeichnen. Creepy. Not so much. So, wir gehen mal hier rein. So. Dann, zum nächsten. Wir nehmen einmal hier diese Kokosnüsse aus den Bäumen. Wir schießen das Ding da ab. Also diese Meerjungfrauen-Statue. Drei Schüsse sollten ausreichen. Erstmal die ganze Bar ruinieren. Man kennt's. Shooten wir nochmal. Da müsste ein Geist rauskommen. Eins, zwei, zwei, vier, vier, fünf. Okay. Und here we go. Mit dem weißen Edel... Ähm, weiße sag ich schon. Mit dem roten natürlich. So. Und die anderen beiden, meine Freunde, die findet ihr hier rechts auf der Seite. Ich sag jetzt hier Stege. Meines ist es nachher wohl. Oh je. Könnt ihr einmal rüber gehen? Ja, du sagst es, Bruder. Geht ihr hier über den Steg. Dann habt ihr hier, wenn ihr saubt, einen lilanen Edelstein. Und that is number five of six. Was war das für Sound? Dann habt ihr nochmal einen Steg. All right, all right, all right, all right, all right. Dann habt ihr hier eine Kiste. Und in der Kiste ist Kohle. Und der grüne Edelstein, ladies and gentlemen. And that's all six of them. GG. That is it. Und das waren alle sechs. Relativ easy. Habt ihr gesehen? Wenn wir denn dann mal zur Strandbar kamen, ne, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt Genuss-Entgegner-Zeit. Ja, Entgegner macht tatsächlich etwas Bock. Oh, oh. 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 Oh, 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 oh! Seid ihr bereit? Für einen richtig coolen Endgegner? Yo! Another Toad! Hmm... Um... Huh? There we go! Woah, 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 woah! Woah, 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 woah! 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 Woah, woah! 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 Alter, wie stelle ich mich denn gerade an? Nein, da. Oh yeah, Baby. Nein, auch mal zu, Bruder. Ich glaube, der muss ein bisschen was anderes machen. Ich glaube, der haut einmal so richtig hart zu. Wenn du dann so richtig durchziehst, dann kannst du. Jawoll, genau. Next round. Boah, Bruder. Ja, Digga. Bester Snipe. Oh je. Oh je. Wie sieht der, ist nicht so schwer. Ich muss den wieder durchziehen lassen. Einmal richtiger Wild Swing. Und jetzt haben wir der PengPengCrazy Super Smack. Hm. Last round. Wow. Ow. Uh oh. Oh. Ja, das ist mein Job. Ja, wtf. Ja, das ist mein Job. 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 So, und raus da. Und dann sind wir beim Aufzug angekommen. Servus! König Puhu, es hat eine kleine Panne gegeben. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Wirklich, wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Ein Scheißdreck, hieß das! Ah, wieder dieses Ding, Alter. Die Toads sind jetzt allesamt gerettet. Fehlt nur noch Prinzessin Pichomario. Wohin sind die wohlgebracht worden? Du wirst das herausfinden. Wir sind dem Ziel ein gutes Stück näher, Luigi. Ja, würde ich auch sagen. Leute, und da sag ich dann mal vielen Dank fürs Dabeisein bei Etage 12. Wie gesagt, wenn ihr was sucht, ihr findet es unten in den Kommentaren und in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!